Wäre schade um Charlie. Ja, ich will dir nicht mehr tun, Charlie. Okay, was für ein epischer Kampf hier. Komm schon. Charlie, was für ein wenig zu tun? Charlie, warte. Kletter! Charlie! 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 Nein! Was machst du? Nicht! Charlie, du erwürgst Nate. Okay, du musst zuhören. Du erwürgst Nate! Charlie! Oh mein Gott. Komm. Komm, halt uns gut. Wie geht's gut? Wie geht's gut? Wie geht's gut? Nate! Nate! Wie geht's gut? Wir sind quitt. Warte mal. Wolltest du... Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund. Wow. Auf ein neues. Ich geh zuerst. Ich geh zuerst. Shit. Folgt mir. Noch dreh ich dir nicht den Rücken zu. Nach dir. Oh. Oh. Toll. Und dann hältst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauch Zigarre mit Winston Churchill. Hey. Seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Na los, hauen wir ab. Die suchen uns bestimmt. Ja, lasst uns mal verschwinden nach der Action hier. Reicht, glaube ich, jetzt erstmal. Oh. Hallo. Aha. Nochmal ne kleine Münze. Mal auf der anderen Seite das auch machen. Ist das ein Globus? Das Ding müsste sich drehen lassen, oder? Das ist mehr als nur eine Gruft. Ja, der ganze Raum sieht aus wie eine alte Vorrichtung. Da erwartet uns wohl ein Rätsel. Was? Nein, hab ich nicht. Ach, deine Knarre auch. Verdammt. Wir müssen herausfinden, wie wir ihn drehen können. Da, die Kanäle. Das sind wohl Wasserkanäle. Ich hätte jetzt gesagt, ähm, wir drehen ihn so, wie da gezeigt ist. Geht aber noch nicht scheinbar. Muss ich hier hinten vielleicht noch was machen? Nein. Oh, das ist nochmal was. Nochmal so ein Globus. Okay. Ja. Gut aufgepasst, Kata. Oh, weh. Jetzt kommen die Statuen. Jetzt kommen die Statuen. Das ist die, die zum Beispiel da abgebildet ist. Aha. Okay. Das wird ja interessant. Sie sehen aus, die Projektionen. Sie markieren Positionen auf dem Globus. Dann zündet ihr die andere. Jetzt noch zwei. Alles klar. Erstmal alle entzünden. Machen wir die hintere. Ich hoffe, Kata macht die andere. Ach guck mal, da werden ja wirklich Dinger markiert. Der war. Kata? Nö, läuft vorbei. Warum sollte das auch nicht anzünden? Das ist unglaublich. Aber das Licht passt irgendwie auf nichts. Suchen wir weiter. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir drehen den, aber... Vielleicht kommen wir so auf die andere Seite, wo wir das Ganze nochmal machen müssen, oder so. Nein, nein. Ist das das Wasser? Nein, das sind Spinnen, Mann. Oh nein. Bitte. Bitte sag mir, dass du dir aufnimmst. Ich dachte, das gibt's nur in Frankreich. Wirklich? Na, bleib im Licht des Feuers. Was machst du? Ich erinnere, soll sie jetzt über dieses Wecken schaffen. Wie bitte? Ich mach dir den. Wenn du da bist? Du bist verrückt! Das Wasser muss fließen. Hast du ne bessere Idee? Wirf die Fackel da runter. Vielleicht kennst du das Becken entzünden. Genau so. Boah, das ist der Scheißernst. Sieht aus, als wäre da oben noch ein Becken. Kannst du die Fackel da hochwerfen und das Ding entzünden? Ja. Kann das schon. Und nun? Gibt es hier noch mehr? Werd doch jetzt nicht. Oh, oh, oh. Das wollen die wirklich, oder? Das wollen die wirklich. Shit. Shit. Ich weiß. Oh, Gott. Was? Gut, dass da ein gnädiger Checkpoint war. War ich jetzt echt zu schnell, waren noch nicht alle Spinnen weg. Okay. Da hat sich eine Spinne verbuggt. Die ist nicht eigentlich sterben. Sehr gut. So, das Wasser muss fließen. Na dann mal los. Okay. Geh an die andere Kurbel und hilf mir mal. Dann legen wir los. Aha. Jetzt dreht sich der. Wir müssen aber nicht rüber schwimmen, oder? Los, Charles. Oh. 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 Wasser schon. Das ist ganz gut. Wer erkundet noch lang, zur späten Stunde? Es ist Nathan Drake im Untergrund. Pizza Warrior. Heute war ganz ausgefuchst, ey. Hahaha. Dankeschön. So, dasselbe Spiel nochmal. Okay. Und nochmal. Sag ich doch. Ja, klappt das. Bia? Ah, ist ja gut. So. So. Jetzt müssen wir das, äh, nur noch, äh, richtig setzen. Na, das ist ja ein Riesenspaß. Ähm. Achso. Nö, 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 nö. Ich bin noch nicht fertig. Äh, Globo ist nicht falsch rum? Wo genau sind wir? Ich drehe mal lieber in die Richtung. Hier waren wir schon. Hier, das passt doch, das passt doch hier nur spiegelverkehrt drauf. Verstehst du? Bitte? Ich muss das aus der Position machen, nehm ich mal an, oder? Ah, ich kann den auch noch anders drehen. Okay. Dann ist es richtig. Wollte ich schon sagen, hab's direkt erkannt, aber wusste nicht, wie ich den andersrum drehe. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder die Treppen hoch. Wo war das? War hier, ne? Sehr schön. Perfekt. Dann schon nach oben. Okay, wir suchen nach einem Rittergramm. Wie dem in Frankreich. Also wenn ich richtig liege, muss ich den mit der anderen Hälfte des Amuleins begraben. Und tschüss. Warum sollten wir auch zurück wollen? Ja, genau so wie der in Frankreich. Wahnsinn. Ja, brillant. Öffnen wir ihn. Da ist er. Was hab ich gesagt? Zeig mal die andere Hälfte. Ja, übrigens, äh, Talbot hat sie. Was? Ja, ich hab's dir gesagt. Als er uns am Schloss überfiel, hat er's gestohlen. Und warum machen wir das hier? Warte. Mach mich mal nicht runter. Hier. Da. Siehst du? Hm. Hm. Und mit der kompletten Inschrift. Wissen wir, wo im Jemen wir hin müssen? Herzlichen Dank. Gut gemacht. Na ja, warte mal kurz. Ich glaub, das nehm ich besser. Okay. Nichts wie weg hier. Ach, Mist. Sie sind uns gefolgt. Hoffen wir mal, dass es einen anderen Weg raus gibt. Wie die uns auch immer folgen können. Und wo... Weiß Gott, wie die das anstellen. Hier ist ein Luftzug. Ja, dann lass uns da mal durch. Wo ist die Axt von Lara? Hey, komm her. Naja, ich fühl einen Luftzug. Super, lass das eine Außenwand sein. Sie gibt nach. Charlie, hilf mir mal damit. Ja. Hahaha. Leute, wir haben nicht viel Zeit. Komm schon, los. Und? Da war einer. Oh, vielen Dank, das nehm ich. Perfekt. Oder auch nicht. Waffen runter. Ja, wollte ich auch grad sagen. Dieter. Na dann, was für ein Dilemma. Das sieht nach einem Putt aus. Bis meine Männer kommen, natürlich. Wir haben Zeit. Oh nein. Jungs? Charlie? Ach, das glaub ich jetzt nicht. Und so wendet sich das Blatt, nicht wahr? Runter mit den Waffen. Leck mich doch hatter, schießen Sie. Nein! Halt! Ganz langsam. Okay. Das ist schon viel besser. Töten Sie ihn. Du verdammter Drecksker. Kata, schießen Sie endlich. Mit Vergnügen. Jesus. Ja. Der Tag ist geSHIT im